Das sind keine Palastwachen. Das sind Spezialeinheiten. Georgische Elite-Truppen. Vermutlich Christavis Leute. Das macht die Sache nicht einfacher. Ändert das meine Ziele? Nein. Such die Verhörprotokolle. Christavis Männer werden nicht viel freundlicher zu dir sein als die von Nicolaze. Der Einsatz von Gewalt ist hiermit genehmigt. Bin ich gut. Testen wir's mal aus. Ich werde beschossen. Ich höre Schüsse. Sie können sich nicht verstecken. Was? Ich habe gegen den Helm geschossen. Ich habe eine Leiche gefunden. War einer von uns. 4 Leute hier drin. Eieieiei. In allen Raum. Mit Stealth geht das glaube ich gar nicht. Hier kommt's. Du kommst mal hier ins Eck. Geh mal dein Täschchen her. Und du mein großer dicker Freund. Du kommst in das andere Eck. Zack. Da haben wir hier noch einen hübschen. Den legen wir auch noch da unten hin. Zack. So Speicher nicht vergessen. Nehmen wir noch ein Medikit. Dann ist unser Leben voll. Man weiß ja nie. So ein Pin. 700 2 1. Gott sind das lange Korridore. Was ist denn hier los? Da haben wir der Spezialanheit und normalen Fritz. Ich habe hier einen Toten. Ja, ist ja gut. Speicher schon. Ach, das sind wieder zwei Spezialanheit. Spaß, die ist da nebeneinander. Da haben wir da einen. Und da einen. Du gehst zuerst zurück. Dann gehst du mal in das Eck hier. Machst ne Haier-Bubu. Weichern. Das wird glaub nix. Mach grad so. Komm, komm, komm. Bevor die da auf der Höhe sind, wo wir sind. Okay. Da geht's eh nicht rein. Speichern. Ach, ne Kamera. Ja, moin. Oh, oh. Vielleicht war es nur ein Schatten. Genau. Vielleicht war da gar nichts. Das sehe ich genauso. Genau. Was sind wir denn jetzt? Also unten ist was. Dann ist da oben was. Sind sie das? Ja. Nicolazio und seine Männer sind fast in der Bibliothek. Wir warten bis er drin ist, nicht wahr? Hallo. Grüß dich. Sehr schön her. Bist denn du jetzt eigentlich hergekommen? Von da, okay. Ja, gib mal deinen Körper kurz her. Deinen Körper her. Und, ähm. Machst jetzt mal einen Break, ne? Laptop ist rot. Mann, wie ich das hasse. Was habt ihr? Verhöre, Folter und, oh mein Gott. Was? Die Arche ist eine Serum. Eine was? Eine Special Atomic Demolition Munition. Eine tragbare Atombombe. Ja. Wir melden uns wieder. Die Arche ist ein Missionsziel. Hol sie dir. Sie ist in einem Keller in der Bibliothek. Der Safe hat ein Retina-Schloss, das auf Nicolazio anspricht. Also werde ich Nicolazio lebens brauchen, um die Arche zu bekommen. Stimmt, genau. Komme ich jetzt da irgendwie anders da hier raus? Nö. Ist ja wieder ganz suboptimal hier. So. Trifft sich gut, wenn ihr eh gerade nach rechts wollt. Seid ihr beide rechts? Keine Ahnung, ist mir eigentlich egal. Ne, das ist mir nicht egal. Ihr habt die Schnarze voll von eurem Rumgelaufen hier. Blöde Rumgelatsche hier. Schluss. Schluss mit Lust. Kommst du jetzt eigentlich schon wieder her? Schluss mit Lust. 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 So, dann holen wir dich, Dickerchen noch. Was hast du auch schon bei der Tasche? Esstig. Neh, mal mit. Die Schüsse fallen ja hoffentlich nicht auf. Ist ja nicht so, als ob der Aimboard hätte oder sowas. Dadurch, dass er jetzt ein Wallhack gucken könnte oder so. Ne, ne, ach. Und gut nachts. So, was mich jetzt gerade mal interessiert. Ich muss doch eh in den Keller, heißt das, gell? Aber warte, erst mal speichern hier. Ich will mal gucken, wo geht's denn da hinten eigentlich nur hin? Muss ich da lang? Kann ich da lang? Wie sieht's aus? Ähm. Wir haben die Bibliothek erreicht. 6, 6, 7, 6, 8. Nikolazzi ist drin. Achtung an alle. Wir bergen die Arche. Bereitet euch auf Abmarsch vor. Okay, die tönen sich jetzt gegenseitig. Das heißt, ich muss keine Leiche mehr verstecken. Trifft sich ganz gut. Ich muss ein paar Jahre. So, hier könnt ihr liegen bleiben. Das ist mir gerade egal. Das fällt eh nicht auf. Ihr schießt euch alle gegenseitig ab. So, gucken wir mal. Hier ist nichts mehr. Da hinten geht es nicht weiter. Also die wollen jetzt die Arche haben. Die Arche ist im Keller. Möchtest du nach unten bitte? Ich werde wahrscheinlich mit Widerstand rechnen. Jetzt gehe ich mal stark von außen. Wir haben einen Eindringling. Eine amerikanische Kommandoeinheit. Bring Nicolaz in den Keller, bis wir ihn erledigt haben. Bewegung! Jo. Halt lang. Aufstehen, ey! Bewegung! Geben Sie endlich auf! Nö. Auffassend! Zurückbleiben! Zeigen Sie sich! Geben Sie endlich auf! Jo! Das waren drei. Zeigen Sie sich! Geben Sie endlich auf! Der ist gerade direkt über mir. Zeigen Sie sich! Da! Gut, das waren vier Stück. Hat einer von euch zufällig ein Medikit dabei? Jawohl, wunderbar. So, du kannst liegen bleiben. Ist mir egal. Hast du ein Medikit dabei, mein Freund? Ey, eine Splittergranate. Das brauche ich jetzt nicht. Was hat der Spaß hier da oben? Boah, Alter. Der eine hat mich fast gekillt. Close one. Täschchen. S-Stick. Ich will kein S-Stick. So. Da ist die Tür. Die ist zu. Die ist zu. Ah. Ich glaube, ich gehe mal durch die Tür hier. Gut, oder nicht? Ja, wo soll ich hier sonst hin? Ich gehe mal durch die Tür. Aha. Alarmstufe Rot. Hab eine Leiche gefunden. Egal. Wurden verraten. Die haben uns verraten. Christavis Männer schießen. Wir brauchen Verstärkung. Da ist Nicolazza. Habt ihr ihn getötet? Ach, du bist alleine. Oh Gott. Wer sind sie? Hey, Juri. Komm mal. Erzählen Sie mir von der Arche. Lassen Sie mich. Ich mache sie reich. Ich weiß, was sie ist. Ich will wissen, woher sie stammt. Das bringt Ihnen nichts. Was wollen Sie mit ihr machen? Womit? Die Arche. Wo wollen Sie sie zünden? Töten Sie mich. Oder lassen Sie mich gehen. Was Sie tun, ist zwecklos. Erzählen Sie mir von der Arche. Zeitverschwendung. Ich sage nichts mehr. Gut. Klubschi dran. Keine Bewegung. Hände hoch. Keine Bewegung. Keine Bewegung. Das ist nicht gut. In einem paar zu viel. Komm bei Nicolazza. Wer ist Ihr Freund? Ein Amerikaner. Fragen Sie ihn. Sie werden uns die Arche geben. Bin ich Gott? Sie werden uns die Arche geben. Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie sprechen. Christavi weiß, dass es eine nukleare Kofferbombe ist. Er weiß, dass Sie sie haben. Ein schlauer Mann. Weiß er auch, dass sie bereits in Amerika ist? Was? Die Arche ist nicht hier. Ich höre. Das einzige hier im Keller ist der Aktivierungsschlüssel. Die Bombe ist in Amerika. Garantiert, Christavi, meine Freiheit, sage ich ihm, wo die Arche ist. Herr mit dem Aktivierungsschlüssel. Dieser Spion hat den Schlüssel. Ihr werdet ihn euch holen müssen. Ich kann euch sagen, wo die Arche ist. Im Gegenzug für meine Sicherheit und Freiheit. Gut. Ihr zwei eskortiert Mr. Nicolazza aus der Bibliothek. Ich kann euch sagen, wo die Arche ist. Im Gegenzug für meine Sicherheit und Freiheit. Gut. Ihr zwei eskortiert Mr. Nicolazza aus der Bibliothek. Ich kann euch sagen, wo die Arche ist.